Aber noch ein Video. Jetzt. Ich habe gerade hier bei einem YouTuber geguckt. Eine Frau, wie man malen lernt. Hat mir sehr Spaß und Freude gemacht, das zu malen. Eine Taube. Das ist ein Hase. Gemalt. Mal richtig gemalt. Sonst habe ich manchmal abgepost. Und jetzt versuche ich mal richtig zu lernen. Wie sich das auch gehört, ne? Das macht auch Spaß. Ein kleiner Hund. Jetzt eben gerade habe ich einen Pinkel in ihn gemacht. Hat mir auch sehr schwer Spaß gemacht, war Freude. Und hier ist eine kleine Katze, die ich gemalt habe. Die hat ein bisschen ausgeschnitten. Das ist sehr schön. Man kann relaxen bei so einem Wetter. Es regnet gerade und hat man die Zeit. Nebenbei macht man Haushalt. Und dann versorgt man auch die Tiere. Nicht vergessen. Alles. Und nebenbei malt man ein bisschen. Und macht man Bücher. Schreiben und so. Alles drum und dran. Ich male sehr gerne. Ich häkel gerne. Ich koche gerne. Ich mache Gartenarbeit gerne. Drum und dran. Und mit den Tieren beschäftigen. Mache ich mir gerne am Tage. Ich arbeite leider nicht mehr. Ich bin eigentlich schon Rente. Aber meine Freizeit genieße ich auch. Und jeden Tag ein bisschen was zu machen. Nebenbei gehe ich noch in den Garten. Arbeite ich endamtlich da. Und helfe da ein bisschen mit. Und dass man an der Natur ist. Es ist ein Wildgarten. Und hier im Waden. Und da kann man auch gerne besuchen gehen. In den Garten. Da sind richtige Wildkräuter. Und wo ich arbeite da. Wildkräuter und Wildblumen. Die auch heilen. Ringeblumen. Vergisst man nicht. Sind da alle. Wo man da geht. Macht immer wieder Spaß zu malen. Und irgendwas zu machen. Und sich betätigen. Und sich rauszukommen. Dass man gesund bleibt. Ich bin gesund. Ich brauch weniger zum Arzt gehen. Wenn ich so schöne Dinge mache. Und alles. Ich fühle mich wohl. Einen schönen Nachmittag wünsche ich euch. Hört mal die schöne Musik. Die ist auch schön. Das ist Pahnflöte. Die ich da reingemacht habe. Da kann man schön auch relaxen. Mal abschalten. Ne. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Feriennachmittag ihr Kinder. Und die arbeiten müssen. Einen schönen Feierabend. Erholt euch bei dieser Musik. Ne. Schönen Feierabend an alle. Tschüss. Tschüss. Tschüss.